Jo, schauen wir doch mal im Schaufenster. Klasse AAA. Ups, verklickt. Der M5 kostet schon 210.000, die habe ich jetzt noch nicht mal. Bonus Porsche kriege ich nicht. Die Farge, sind die ausgegraut, weil ich die Moneten nicht habe oder? Ansonsten, ja, der kostet richtig Cola, ne? Der R50. Der Porsche ist ein bisschen günstiger, okay, wäre auch nicht uninteressant. Hm, Lambo? Hm, ne, ich weiß nicht. 911 Turbo, ja, das wäre vielleicht auch nur eine Option. Na, mal sehen. Hm, schwierig. Vielleicht wird es eher der Porsche dann, ne? Ansonsten bleibt da nämlich nicht viel. Porsche gegen Ferrari könnte durchaus interessant werden, ne? Ich glaube, so machen wir das. Dann. So. Oh, jo. Wie das so ist. Wie das so ist. Korvette voll aufgetunt. Na, die könnte man ja mal verwenden. Nach Reparatur. Darf ich denn damit auch hier dran teilnehmen? Ja, lassen wir damit offen. Na, dann fahre ich das jetzt mit der Korvette halt mal. Bisschen Abwechslung reinbringen. Wenigstens Wagenvariabel. Müssen wir mal ein bisschen aufräumen hier. Peter, Peter. 3, 2, 1, los. Oh, er hat einen schönen 5er BMW da vorne. Haben will. Okay. Ne, man kommt noch. Ich weiß nicht warum, ich mach diesen Wagen einfach. Die Power ist ganz nett und schick ist er auch. Der M5 E39, der hat irgendwie schon was. Mach dich mal weg da. Die Korvette wird ja nicht von sonst gepimpt, nur für das eine Turnier, dann muss ich die auch mal fahren, ne? Das ist doch eine Z06, oder nicht? Ich hatte das Reise für solche действия. Verstehe ich mir vor? Das könnte. Wie geht denn da nicht von dir? squared werden darauf ge Secondly im Raum besiegt. Die Behandlung aus dem wiedereiern, von dem ich zu jedem. Da wird in die Startиц—— aun. Und unteren, seitens der früfe zu bullen, let's Leute aus dem Lenorm sagen. Die Korvette-Use. Die Koriają-Use. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020